...dann die Brille, ich seh euch, dann der Hut, dann der Mantel, dann die Hosen. Leute, ich heiße nicht Ertriggerend, aber ich fühle mich heute so. Also, ich freue mich jedes Mal, das ist wirklich eine Menge Berlin heute und deswegen, ja, auch Hertha und wer auch immer, wir kommen alle an. Nur denkt daran, zwischendurch habe ich hier mal ein bisschen Durst, wenn ihr ein Bier in der Tasche, ja, ist ja gut. So, jetzt kommen wir zuerst mal zu einer jungen Dame.